Ein Spieler kann selbst gut sein, aber trotzdem übersieht Fußball auf eine Mannschaft. Dass es ein faires Spiel wird und bleibt, das ist das Wichtigste. Wenn zum Beispiel Winterzeit ist, weiß man gar nicht so richtig, was man draußen machen soll. Man kommt manchmal auf schwachsinnige Sachen so. Ich finde es cool, dass es einen Ort gibt, an dem man nicht nur Fuß erschwingen kann, sondern auch Freunde treppen und man kann auch drinnen was starten. Wir von Amandla wollen diesen Ort mit unserem Safe-Hub schaffen. Das Besondere am Safe-Hub ist, dass man sich dort sicher fühlt und frei ausprobieren kann. Dafür arbeiten wir mit Partnern, die Profis im Bereich Bildung sind. Im Safe-Hub können sie ihr Angebot umsetzen. Als Besucher kannst du zum Beispiel zur Nachhilfe gehen oder du lernst, wie man einen Film dreht oder du kannst einfach an unserem Fußballtraining teilnehmen. Unser Fairplay-Konzept vermitteln wir jetzt schon in Workshops, damit die Trainer es an ihre Mannschaften weitergeben. Ein Trainer sollte selbstbewusst sein und Kommunikationsfähigkeit haben und Respekt. Der Workshop hat mir sehr gefallen, war interessant für mich persönlich. In Zukunft habe ich neue Aufwärmspiele für meine Kinder auf jeden Fall und ich habe heute noch mehr gelernt, dass Gleichbehandeln sehr wichtig ist. Seit ich den Workshop bei Amandla gemacht habe, ist es zielgerichteter, besonders was den Teamwork-Aspekt angeht. Und ich versuche bewusst während der Trainingseinheit auf Fairplay einzugehen. Würden die Jungs keine Toleranz oder Respekt gegenüber den anderen Kulturen zeigen, würde auch gar kein Spiel entstehen. Das ist das Schöne am Fußball, dass einfach gespielt wird, ohne auf Kulturen zu achten, ohne auf Konflikte, die in der Heimat ausgetragen werden. Ein Safe-Hub, das ist viel, viel mehr als nur ein Fußballplatz. Hier werden Fußball und Bildung innovativ kombiniert. Der Fußball bringt die jungen Menschen zusammen. Er fördert natürlich den Teamgeist, er fördert Fairplay. Durch gezielte Zusammenarbeit mit unseren Partnern können wir jungen Menschen dabei helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Vers Bros. Majen Vielen Dank.